Nicht hier. Vielleicht gibt es in der Nähe andere Hinweise. Siehste? Das ist einfach nur ein Trollgame. Nein, es erzieht Leute. Das ist es. Ich bleib trotzdem im Einzelspiel. Das kann das Spiel nicht viel ändern. Können wir nicht da hinten den Großen weitermachen? Der Große ist wahrscheinlich immer Story, oder? Ja, ja. Das ist doch das Wichtigste. Stell dich doch nicht so an, Dad. Du musst dir ein bisschen Mühe geben. Ja. Deswegen sterbe ich auch am wenigsten. Oh nein. Ja, einfach. Oh, oh. Die Kleinen sind doch die Interessantesten. Von der Technik her. Oh, okay. Oh, ist doch easy. Spreng dich doch mal an. Hat doch keiner gesagt, dass es einfach ist. Du willst auch noch Herausforderung, oder nicht? Ja, dann spiele ich aber Spiele, die im Prinzip schwer sein sollen. Voller Gefahren, was in erster Linie mein Verdienst ist. Ja, noch mehr von denen ist klar. Warum ist der Magier so lame? Ja, ist voll behindert. Hallo? Hallo? Ich hab doch getroffen. Du Kack-Game. Boah. Boah. Wow, 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 wow. Weg mit dir. Brätsch. Guck dir das mal an. Jawoll. Das sind die coolsten Säue überhaupt. Ach, das ist das Level wahrscheinlich schon. Da geht's einfach nur drum, gut zu sein. Guck dir das doch mal an. Ach, wahrscheinlich sind die Fahnen nur an den Dingern, wo mal alle eingesammelt sind. Ja. Ja. Ja, hab ich doch eben schon gesagt. Ja, ist echt so. Während wir hier warten, haben wir noch grad schon mal festgestellt. Ja. Captain Ops, ja. Werd dich auf, wenn etwas interessantes passiert. Machen wir. Halbtraum eines Zauberers. Oh nein, bitte nicht noch mehr Zauberer. Oh. Der Keller der Astral-Akademie. Ich bin hier, um etwas zu finden, oder? Sie lassen mich nie zu Ende studieren, wenn ich es nicht finde. Ach. Ach. Hab ich jetzt nicht da reingeschubst, Mensch. Wer... Dreimal darfst du raten. Könnt ihr nicht auf mein fliegendes Ding gehen? Ja, hör auf. Warum kann man das nicht nach hinten verschieben? Ich... 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 Ich rotzgegen. Hoch springen kann keiner, ob mein Leuchten ist, ne? Atomic Overdrive. Dort allein. Uh, das Wasser ist tödlich. Nee. Tödlich, genau. Ich baue nochmal einen drauf. Ich hab's. Ja, ist doch super. Ja, und ihr so? Wieso... Wer ist denn da oben jetzt? Wer ist denn der rote Magier? Ich. Kannst nicht auf meine fliegende Kiste springen? Doch, wenn ich... Oh nein. Jetzt hat er... Deine Kiste kaputt gemacht. Hab ich gar nicht. Springen wir auf meine Kiste. Das ist jeden Fall kaputt gegangen. Springen ist mit dem A-Knopf. Hahaha. Ah ne, dann hab die Magie auf. Ja. Ja, aber da müssen halt zwei einen Weg machen und der eine muss rüberjumpen. Also, wir müssen so ne Treppe machen und du musst direkt springen. Schnell mal die Kisten hin auf die Plattform, die untergeht. Was? Aufeinander. Was? Weil man oben lang kann, oder was? Ja. Ja. Komischerweise. Ich bin auch oben lang. Wie soll ich den gegenseitigen Tod stürzen? Das steht aber hier permanent. Ich krieg die nicht nach vorne. Wenn ich hier vorne stehe, direkt am Rand, krieg die nicht auf die Plattform gesät. Oh, 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 oh. So, die schifft den und dann geht die kaputt, okay. Aber von hier kannst du die Dings da gut setzen. Ja. Oh wow. Kommt der eigentlich auf meine Kiste drauf? Ich bin doch schon hier oben. Ja, die Magie hört dann halt auf, ne? Dass wenn du denn drauf steigst? Ja. Dankeschön. Wer hat die Kiste jetzt wieder weggemacht? Geht es automatisch weg, wenn... Wenn du die neue holst. Wenn ich meine noch oben drauf stehe, dann sinkt die so tief, dass die untere kaputt geht. Wow. Die Plattform. Alter. Können wir es mal so machen, wie ich gesagt habe? Was hast du vorgehabt? Ich will noch eine Kiste hier machen und der Dätsch oben und du springst drüber und dann dasselbe für mich. Ja, du kannst es nicht machen, weil der selber springen muss. Ja, ist schon klar. Aber dafür muss man einmal zusammenarbeiten. Warte mal was du meinst. Warte mal was du meinst. Warte mal was du meinst. Das war die Perspektive. Das weiß ich natürlich nicht. Bisschen zurück. Also ein bisschen tiefer nach hinten. So kann ich nicht geradeaus, dann muss ich rüberspringen. Ah, es geht trotzdem. Ja. 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 Also jetzt sind wir hier in der Zwickmühle. Naja, genau. Oder du lässt sie sterben, dann kann der eine wiederbeleben. Zumindest hat das bei mir geklappt. Ne, hat's nicht. Ich bin nicht der Richtige. Versuch, zu mir zu kommen. Nein. Die Boys brauchen nur einen Lagerlose-Gistiker. Ja, komm, lass uns mal versuchen, hier einfach weiterzukommen. Ja, nein. In der Kiste hatte sich beinahe ein Torgeschick wieder gemacht. Ja, momentan wird es immer anstrengender, muss ich sagen. Nerviger. Ja, wenn man alleine spielt, ist es halt so. Boah. Boah. Jetzt war es eigentlich gut, aber es ist zu spät, muss man sich springen. Wo ist der Ding? Ich gehe zu schnell. Darüber zu kommen ist sau schwer. Ja, das ist das scheiß Ding im Weg halt. Wir müssen versuchen, hier hochzukommen, den Meter dann zu retten wieder. Schmerz, du behinderter Schwuler Magier. Krass. Muss hinten nur, rechts nur eine Kiste drauf sein? Nein. Nee, zwei Stück. Oder mit einer Wucht. Ja, wenn du die mit Wucht machst, bist du viel zu langsam. Boah, der Magier ist so kacke. Ich glaube, ihr müsst ja hier, wahrscheinlich da, da wo ihr steht, müsst ihr ja. Das könnt man probieren, ja. Ihr müsst ja springen, ja. Der Cheat. Ihr seht aus wie... Ich bin jetzt unten bei dem Ding, aber alleine komme ich da wahrscheinlich nicht hoch. Ich hatte den Keller nicht so fein. Nein, 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 nein. Hast du fein gemacht, Meter? Ja, finde ich auch. So hat er mich auch gekillt. Voll lächerlich, oder? Hat er gerade unsere Kiste genommen? Ja. Ja. Böses Vieh. Nein. Okay, wie müssen wir den denn tot machen? Eben hatte ich das Gefühl, es bringt was, auf die Arme drauf zu hauen. Auf die Arme, meinst du? Mittlerweile, glaube ich, das ist nicht so. Passe. Oh, was war das denn? Oh, wow. Oh, da müssen wir einfach nur auf die Kiste drauf, dass wir oben hoch springen können. Wenn er sie runterhaut. Also, wir werden machbar. Ja. Aber dafür müsst ihr hier hinten hin. Und damit kannst du nicht springen. Ach, ich bin doch drauf. Ups. Nein, werde die Kiste weggemacht. Ich werde nie zu Ende studieren. Ich werde nie ein Zauberer. Ja, das sieht so aus. Das sieht echt so aus. Hier, nimm mal meine Kiste, mein Freund. Da, nimm die. Ist zwar ein bisschen schiefgezaubert, aber ich bin ja nicht so ein Meisterzauber. Jetzt fahr rüber. Ja. Nein. Ah, Mann. Zu kurz. Der Roboter ist so dumm. Hängt der fest? Ja. Ich bin oben. VG Easy, will ich mal sagen. Hält die Kiste so blöd dafür? Man kann mich ja nicht festhalten. Ja, die habe ich schief drauf gezaubert. Ich kann es nur noch mal wegmachen.